Hi Leute! Wir spielen Age of Empires The Rise of Rome Expansion! Ja, ein neues Let's Play bricht an und ich bin gut gelaunt und habe Durst. Das war was zu finden. Hm. Meine Güte, ich habe heute den ganzen Tag Durst. Ja, fangen wir doch gleich mal an. Ich werde erstmal hier, wie schon gezeigt, eine Zufallskarte spielen. Die Kampagne machen wir dann später. Ja, wir machen zwei Spieler. Mazedonier sind wir nicht. Wir sind die Assyrer. Und spielen gegen die Griechen. Wir machen Schuss Griechenplatz. Gibt es auch Türken oder sowas? Ach, schade. Komm, wir spielen gegen die Mazedonier. So eine Blau-Rot-Gelb-Braun-Rot-Rot. Was ist das? Woran? Schaust du? Grün, weiß. Das passt zu den Assylern, finde ich. Das Ding hier. Maximale Bevölkerung. Wie kann man das ändern? Ich weiß nicht, wie man das ändern kann. Das ist echt blöd. Feste Position. Okay, alles in Ordnung. Ja. Los geht's! Ah, cool. Hier haben wir gleich einen Hafen. Jetzt kostet der 100 Holz. Und dann gleich mal hier hin. Und du, was brauchst du? Ja, was brauchst du denn, Alter? Du erkundest erstmal die Gegend. Wollte ich sagen, ne? Nein, da ist logischerweise Wasser. Baum. Ein Baum. Es sollte eigentlich noch mehr Bäume geben. Okay, da sind Elefanten. Das ist sehr schön. Wir brauchen mal einen großen Wald. Moment, ich muss so kurz auf Verbündete stellen. Perseus. Perseus. Hier soll ich es. Hier soll ich es in Perseus. Ja, das sind Brüder. Das ist wirklich so. Ach, und hier endet die Karte. Schade. Ach, da geht's nicht weiter. Acht, ja, wie schön. Fischerboot. Wie sieht das Wasser komisch aus? Hm, weiß ich nicht. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor. Ich weiß es ja nicht. Aber wir brauchen auf jeden Fall Holz. Dann bau du doch mal eine Lagergruppe. Können wir nicht. Naja, egal. Mach mal bitte erstmal das Holz hier ab. Yuri? Yuri? Yuri! Yuri! Da geht hier. Yerligo. Es geht nicht. Atommal. Wir brauchen dem... Wir brauchen die T parallels. Wie Sófre. Nein, jetzt Gina. Klingt uns nach Runk. Ach gut, das ist jetzt gerade gespackt. Warum? Warum, weiß ich nicht. Warum hat es gespackt? Ich weiß es nicht. Und warum hat es jetzt gespackt? Weißt du es jetzt immer noch nicht? Junge, der hackt mal Stein ab. Stein braucht man nachher eh für Mauern und Türme. Und ganz viele andere solle Sachen. Oh, Gold. Wow. Ich bin voll beeindruckt. Nö, eben nicht. Dunk... 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 Dunk.... Dunk... Dunk... Speichern das in Let's Play. Ja, möchte ich überschreiben. Weil ich hab immer mal Probleme mit äh, der nimmt Age of Empires nicht auf und was weiß ich, ne. Und dann werde ich mir die kurze Aufnahme kurz angucken und bin gleich wieder da. Ciao, Leute. Moment, ihr habt mich die Benden. Ciao. Ich bin wieder da. Ich hab mir die Aufnahme kurz angesehen und hab gedacht, ja, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Ja, und hab mir gedacht, das ist gut. Eventuell hatte das, das ich gerade eben nicht gesagt, aufgenommen. Deshalb sag ich das jetzt nochmal. Also die Aufnahme war gut. Deshalb werden wir jetzt einfach so weiterspielen. Yay. Genau, der ist fertig. Und was macht der Typ jetzt? Hm. Ich spiele es ja nicht. Hm, mhm, mhm, mhm. Was kostet denn die Lagergruppe? 120 Holz. Also der Typ am besten auch mit Holz, würde ich sagen. Ich kann auch mal kurz auf sehr schnell stellen. Ich mach die Klanglaut, der kann auch ein bisschen runter. Nium, 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 nium. Oh, ein Habicht. Nium, nium, nium. Oh mein Gott, kann ich schnell laufen. Oh mein Gott. Bisschen übertrieben. Nium, 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 nium. Nr. 89, 109. Reicht immer noch nicht. Haka, 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 kacke. Haka, 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 haka. Und dann 80 Steine ist schon ganz gut. Gut, und jetzt kann ich auch wieder auf Normal stellen. So, wow, 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 wow. Kundinnen und Reises sind gut, da sind es da ist nochmal eine Konstruier, hier muss ich noch eine Lagergruppe genommen werden? Da hier hinten ist. Da können wir immer da reinbringen. Da sind wir besser als Vorherr. Feel besser als Vorherr. Feel feel besser als Vorherr. der hieler in in Tripp Man� LOF 500 nach kh Kräfer Unternehmen Endkarten nach dem Kumpel Ach ja, ich bekomme immer durch das Fischerboot hier Nahrung. Stimmt, ich mag glaube ich noch eins. Ah ne, hier kann ich gar nicht. War es nicht genug Holz? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ne, der Baum, der ist näher dran. Könnt ihr noch mal Holz bringen? Gott, das bringt es nämlich da rein. Das Fischerboot. Bringt mir mehr Nahrung. Na, das macht auch den Baum. Egal, ein Elefant. Glücklich fertig, je. Die erste Folge ist ja sehr langweilig. Ach, je. Super. Nusser, Nusser. Nusser. Sö, Nusser. Nusser. Nun, man kamen zum Elefanten vorbeischend gegen die Schüsse. Sie werden vorbeizugehen. Ich sehe das ganze Ding zum Mop-Zupporten. Super schnell. Super schnell. Den D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D den D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. U, 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 Nicht übertrieben schnell oder so. nein es ist möglich und schlussendet ihr könnt ihr könnt ihr könnt nein ich rede zum Glück die nicht übertrieben schien im NDR ich noch ein Adler noch ein Adler ich bin Adler anklicken das schlussengleich es ist Er ist verschwunden. Oh mein Gott, wie schade ist das denn? 3, 4, 5, 6, 6, 2. Mein Gott, bewegt sich schnell seine Ohren. Ja, wie gesagt, ist die erste Folge schon immer etwas langsam. Ja, ey, langweilig, weil man halt noch nicht unglaublich viel machen kann. Haben wir die Anche? Ja, die haben wir vorbindet. Das ist gut. Scheine, wenn man mich nicht gut tut. Tja, du fragst dich jetzt, was du jetzt machst, ne? Ich hab's gewusst. Der fragt sich hier einfach, was er machen soll. Handelsboot. Ach, blöd. Hm, Nahrung. Wo war denn jetzt ein Kornspeicher? Komm, egal. Warum muss? Bauen wir kurz hierhin. 360 Nahrung. Bum, 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 bum. Alter Schwede. Der kann vielleicht schnell bauen. 500. 500. Ching, 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 401. Oh, ist alles fertig. Dann muss ich mal hier bauen. Was tut der denn, Busch? Der macht mir Angst. Schub, 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 schub. Was hat dir das schon alles leer gemacht hier? Alter Schwede. Ja, nicht mehr viel, nur noch 50. Dann haben wir das geschafft. Oh ja, das ist gut. So, Hunter. Will ich mich bestimmt noch besser. Das macht mein Hunter. Flip, 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 flip. So, der hackt schön hier seinen Stein ab. Wie viel haben wir hiervon noch? Oh, noch 38. Wer hat 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52, 52. Auch noch 52. Und hier haben wir dann auch noch Gold. Gold. Oh, meine Güte, Gold. Ah, cool, wir haben schon 5 von 91, dann können wir jetzt ja aufpassen, yay. Das klingt ganz zur Zeit und superschnell laufen. Hm, 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 das hab ich wieder nichts gesagt, na, es war blöd. Also, wenn ihr jetzt denkt so, oh mein Gott, das ist so langweilig, dann spult einfach vor, bis der hier auf 100% ist, dann wird es lustiger. Das ist garantiere ich euch auf, ne? Das ist garantiere ich so dolle, ey. Dann kannst du nicht mal, ey, wenn ich garantiere, mindestens 5% mehr als du. Mhm. 6, 5, 8 Bewohnern. Nein, 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 nein. Zählt auch als Bewohner? Oder habe ich 1, 2, 3, 4? Ich bin 4, 5, 6. Okay. Zählt auch als Bewohner. Ja, jetzt wird es ziemlich lustiger. Jetzt kann ich nämlich hier auch Kleinwalt erfinden. Und hier kann ich jetzt auch was erfinden. Was ist das, Angriffsstärke? So, und jetzt stellen wir das Ganze wieder auf normal. So, bis hierhin solltet ihr vorgespult haben, wenn ihr schlaugewesen seid. Ne? Aber jetzt kriege ich wieder kein Holz. Kann ich jetzt hier nicht auch... Ach, Erkundung ist ein leichtes Transportschiff. Das ist doch schön. Tja, nun muss ich noch einmal auf blöde Art und Weise sammeln. Holz sammeln. Holz sammeln. Gehen. Tun. Machen sogar. Boah, bin ich fies. Holz sammeln. Holz sammeln. Hier ist hier, hier geht es nicht weiter. Hier muss es aber weitergehen. Hier geht es aber weiter, oder? Hier ist hier, hier geht es nicht weiter. Da geht es hier hinten aber weiter, oder? Da hinten muss es ja weitergehen. Oder? Oder? Komm, dann hack mal kurz den Baumabtrag. Das möchte ich hier hin. Und dann mache ich mir nochmal zwei neue Bewohner. Das sind auch meine beiden Letzten. Dann muss ich wieder ein Haus bauen. Macht das schon gefunden. Könnt ihr auch noch erfinden. Erfindungen sind gut, wie jeder weiß. Jungstern sei er. Ching, Ching. Was war Ching, Ching? Hat er das hier? Ach, das war Ching, Ching. So, du baust jetzt bitte einen Beobachtungsturm. Hier auf unser gesamtes Gebiet. Begit. Unser gesamtes Gebiet. Begit. Begit. Was kostet so ein Ding eigentlich? Hundertfünfzig, meine.